Kyria, Kyria, Eleison, Kyria, Kyria, Eleison. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Heute gehen unsere Gedanken zu den Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften auf dem Petersberg, in Volkenroda, in Siloa und anderswo. Gemeinsam leben im Gebet, bei Tisch, in Arbeit und Stille. Was für ein Segen geht davon aus. Hab Dank dafür, Gott. Andere können da zu Gast sein, zur Quelle finden, gestärkt weitergehen. Wie gut das tut, Gott. Danke dafür. Für die Kommunitäten, die älter werden, ist es nicht leicht, die nötigen Veränderungen zu gestalten. Dein Geist möge alles nachdenken und alle Gespräche dazu leiten. Amen. Amen. Dona nobis passen in terra. Dona nobis passen domine. Dona nobis passen domine. Dona nobis passen domine. Dona nobis. Dona nobis passenisiin. Vielen Dank.